Der frühere russische Präsident Dmitri Medvedev schließt eine Wiedereinführung der Todesstrafe in seinem Land theoretisch nicht aus. Anlass könnte beispielsweise eine Verschlechterung der Kriminalitätslage sein, das sagte Medvedev der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti. Die internationale Verpflichtung zur Aussetzung der Todesstrafe sei mit dem Ausscheiden aus dem Europarat entfallen. Zugleich betont der Medvedev, dass es sich um eine schwierige Frage handele und keine Notwendigkeit zur Wiedereinführung bestehe, wenn in Russland alles ruhig bleibe, wie er sagt. Es gebe keine Einschränkungen mehr, sagt der jetzige Vizesekretär des russischen Sicherheitsrates. Es blieben moralische und religiöse Erwägungen sowie die bisherige Rechtsprechung des russischen Verfassungsgerichtes gegen die Todesstrafe. Allerdings, die Entscheidungen des Verfassungsgerichtes seien nicht die heilige Schrift, sie könnten sich ändern, sagte Medvedev nach Angaben vom Freitag in Moskau. Er verwies darauf, dass auch die Sowjetunion die nach dem Zweiten Weltkrieg ausgesetzte Todesstrafe wieder eingeführt habe, als die Kriminalität überhand genommen habe. Russland schaffte die Strafe mit dem Beitritt zum Europarat 1996 nicht ab, sie wurde aber durch ein mehrfach verlängertes Moratorium ausgesetzt. Wegen des am 24. Februar begonnenen Krieges gegen die Ukraine verließ Russland den Europarat, um einem Ausschluss zuvor zu kommen. Danach stimmte die größte Menschenrechtsorganisation der europäischen Staaten ihrerseits für einen Ausschluss Moskaus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017